Muss ich dafür wieder ins Hauptlager... äh, ja. Ich muss wahrscheinlich wieder ins Hauptlager zurück. Ja. Dann halt wieder zurück. Und so zieht sich die Belagerung hin. Da unten steht er. Den hätte ich jetzt übersehen. Mein Freund, ich hatte gehört, dass ihr vom Konsul höchstpersönlich zum Legatus gemacht wurdet. Es ist eine Ehre, euch auf meiner Galerie zu Gast gehabt zu haben. Ich bin dir schuld, mir euer Leben. Ich bin dir nicht schuld, einzufordern. Äh, ich bin zu... Ihr sagtet, ich sollte zu euch kommen, wenn ihr einen Navigator brauchtet. Und das meinte ich vom ganzen Herzen so. Bitte sagt, wie dieser einfache Triarchus euch dienen kann. Wir bereiten den Angriff auf Mitterlehne zu. Ich will einen Hafen schleichen, aber das ist Volavorax. Ihr werdet mich und meine Spektakulosen in den Hafen von Mitterlehne behalten. Egal, was es für euch euer Schiff bedeutet. Das kann ich für euch tun. Es ist das Mindeste, was ich tun kann, um euch zu danken. Hört zu. Ich muss euch etwas gestehen. Euer Freund, der Gladiator, hatte recht, was mich angeht. Ich hatte unsere Rute an die Rebellen von Lesbos weitergegeben. Seit ihr mein Leben verschont habt, lag ich jede Nacht von meiner Schuld geplagt wach. Ich wünschte, ich könnte mich eurer Gnade als würdig erweisen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir am Anfang der Story zu Recht diesen Triarchus nicht getötet haben. Ansonsten hätten wir diese Option, uns hinterrücks in dieses hineinzuschleichen, nicht gehabt. Solcher Verrat ist nicht leicht zu vergeben. Es wird mehr als diesen Gefallen brauchen. Eure Gelegenheit, eure Vergebung zu erarbeiten, bringt uns sicher nach Mithilene hinein und wir können alles hinter uns lassen. Nee, ich glaube es auch. Das verstehe ich natürlich. Ich werde euch so lange dienen, wie es nötig ist, um es wieder gut zu machen. Geht doch. Ich werde das Schiff sofort vorbereiten und zum Norden der Insel segeln. Trefft mich in der Nähe von Mithilene und ich übernehme den Rest. Kann ich nicht einfach mitkommen direkt? Das wäre, glaube ich, wieder einfacher, als wenn ich jetzt wieder auf die Karte raus muss und hin und her und... Na gut. So, das ist dann hier. Mithilene ist die einzige... Echte Stadtaufgusskost und so weiter und so fort. Wir müssen bestimmte Charaktere mitnehmen. Also tun wir das einfach mal. Das ist euer Ende, Archelaus. Ergebt euch, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Oh, große und schreckenerregende Römer. Tausend Dank für eure Gnade und Nachsichtigkeit. Ich habe in Erwartung eurer Ankunft vor Angst gezittert. Soll ich auf die Knie fallen und um mein Leben betteln? Ja, legt eure Waffen nieder und ihr werdet gerecht behandeln. Das schwört ihr? Ah, da fühle ich mich direkt viel besser. Und wer hat euch gesagt, dass ihr euch einfach so in ein Gespräch zwischen Erwachsenen einmischen dürft? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit dem Kommandanten der Legio Victrix. Dieser kleine Junge ist kaum fähig, eine Gruppe reisender Schausteller zu kommandieren. Glaubt ihr wirklich, dass ihr mich ausgerechnet hier würdet herausfordern können? Dies ist jetzt meine Insel. Ihr seid nichts als eine Störung. Ja, und den Hafen habe ich trotzdem verbrannt. Es gab schon viele, die ebenso dachten, sie sind alle tot. Eure letzte Chance, ergibt euch. Ihr seid nichts, weil da sind meine Anführer. Seht euch oben. Eure Insel gehört bei uns. Ich bin anders als alle, denen ihr bislang gegenüberstandet. In eurer maßlosen Arroganz dachtet ihr, ihr könntet einfach ein zweites Mal durch die Tora Mytilenes marschieren und den Kopf ihres Kommandanten einfordern. Vorhersebar und erbärmlich. Ihr seid nun meiner Gnade ausgeliefert, genau wie ich es geplant habe. Nachdem ich euch getötet habe, erledige ich euren Konsul. Nun, wie soll ich sagen, ich muss kriegstreibender sein. Ja, hier haben wir die entsprechenden Barrikaden. Reduziert. Archelaus, drückt mal auf 5, um ihn zur Aufgabe zu bringen. 13 Feinde noch am Leben. Optional tötet Archelaus. Okay. Verstehe ich. Wir können jetzt hier in die Mitte rein stürmen, haben dann natürlich das Problem, dass wir in die Barrikaden hängen. Was natürlich sehr gut für unseren Bogenschützen ist. Der kann nämlich von da aus relativ viel tun. Apropos Bogenschützen. Ich glaube, die will ich hier an der Seite haben, um den da oben auszuscheiden. Und Quote 4. Flieg nach Tatooine. Willkommen bei WoW. World of Wüste. So. Ist ein Helfer. Ein Helfer. Ich glaube, meine Infanteristen hätte ich gerne in der Mitte. Du kommst noch hier mit nach außen. Sperrfass aufnehmen. Sperre werden in diesem Fass gelagert. Ich nehme mein Pilum auf, um es als Wurfgeschoss zu benutzen, um die Schilde von Gegnern auszuschalten. Ja. Auch sehr schön. In zwei Runden kommt gegnische Verstärkung. Gut. Rüstung wird am Ende des Gesundheitsbalkens als Charakter. Golder Streifen angezeigt. Jeder Streifen Rüstung senkt den Erlikten im Gesundheitsschaden um 1. Bestimmte besondere Charaktere, wie Archelaus, haben so viel Rüstung, bis ihr hier keinen Schaden zufüllen können werdet. Bevor ihr sie nicht zerfetzt. Um eine Rüstung zu zerfetzen, müsst ihr mit einer zweihändigen Waffe, einer Lanze oder einem Stab angreifen und Rüstung zu zerfetzen. Ah, okay. Das kann unser Helfer leihen. Gut zu wissen. Aber trotzdem möchte ich jetzt erstmal näher ran. Dachte ich mir. Um ihm da ein bisschen was zu schaden. Wenn ich jetzt Logistik mache, hilft mir das jetzt gerade nicht sehr viel. Gut, dann gehst du erstmal dahinter in Deckung. So. Du. Ich hätte meine Skills überarbeiten müssen. So. Du bist tot. Damit darfst du, weil er untrainiert ist, nochmal Dinge tun. Und weil du ein Gladiator bist, kannst du auch nochmal viel mehr Dinge tun. Ich mag die Skills. Du kommst leider nicht bis einen ran. Das habe ich nicht bedacht, aber das ist okay. Du machst einfach mal vollen Hitschaden. Jetzt hast du nicht nur noch ein Du-Punkte. Nicht, dass das viel Sinn macht, aber... Dann hast du diese Runde zumindest Dinge getan. Au. Au. Sie sind da drüben. Vorrück! Das Gute ist, dass die meisten hier hinter dem... ähm... ...hinter den Barrikaden stecken und nicht rauskommen können. Er brennt, aber kämpft. So. Der ist down. Dann darfst du jetzt nochmal fix auf den hier hauen. ...und dir ein Pilum aufnehmen. Und das wirfst du jetzt einfach auf den da. Ziel ist in Deckung. Dann darfst du den da töten. Oder nahezu töten. Und dich brauche ich hier draußen irgendwo. Halt, oh mein. Erstmal du. Den da bitte töten. Damit ist der schonmal raus. Da darfst du jetzt keine Hunte mehr. Ah, du kannst hinterher rennen. Du kannst doch eine Aktion machen. Du kannst doch mal ein Pilum nehmen. Ah, du hast es aber schon gemacht. Äh, einmal geworfen. Dann kannst du jetzt rausrennen. Du nimmst das letzte Pilum. Und wirst auch hier raus. Du gehst aber in Deckung hinter. Ich dachte mir schon, dass hier nicht vorbeikommt. Das da ist mein Stabwatch. Rein theoretisch hätte ich auch die Parikaden kaputt machen können. Einfach durchbrechen. Und wollte ich jetzt aber nicht. Ja. Du hast jetzt leider ein bisschen Feuerprobleme. Sehr gut. Sehr gut. Du kannst jetzt gerade leider nicht heilen. Das ist das Problem. Aber du kannst dazu diese gute Rüstung zerfetzen. So. Du hast kein Schild, aber du kannst die breiten. Ah, minus sieben Rüstung. Das ist doch schon mal schön. Also, minus sieben Punkte Rüstung. Das ist nicht so schön. Das ist halt mal so. Hast du irgendwas Rüstung zerfetzen müssen? Nein, hast du nicht. Ich könnte jetzt an ihm vorbeirennen und Dinge machen. Das ist keine gute Idee. Du kannst damit zwei Rüstung zerfetzen. Sehr gut. Ich hätte das als erstes tun sollen. Ich dachte, es wäre nur ein Rüstungsfetzer. Aber dadurch, dass er brennt, kriegt er so oder so automatisch Schaden. So. 0 bis 4 gibt es ja den Schaden. Zwei Punkte ist doch schon mal ganz gut. Der Rest ist leider die Rüstung gegangen. Du kannst gerade nicht... Du kannst gerade nichts anderes machen. Du gehst mal in den Dicken. Der brennt, das bin ich. Du bist der Gegner? Alles klar. Alles klar. So. Ich meine, das Gute ist, dass die... Ja genau, hau ihn. Aber geht... Einer genügt? Ein Schlag genügt? Kommt, hier lang! Da rennt der mit seinem Piedel. Wie gehen wir? Finde ich ganz gut, dass die... Wir greifen sie gemeinsam an! Die Waffen, die in den Gegnern stecken, auch tatsächlich drinstecken bleiben. Und man schafft es theoretisch auch, Arme und Beine abzuschlagen. Was habe ich denn da für ein Statuseffekt? Brokodos Sestius Cusor äh, jetzt zwei Blutungsschaden. Ich sollte da mal... Okay, das hat einen Gelegenheitsangriff herausgefordert. Das war nicht so optimal. Dann müssen wir den jetzt mal... ...nach hinten schubsen. Das ging leider nicht durch die Rüstung, das war mir klar. Aber es gab zumindest zwei kritischen Schaden. Warum hast du eigentlich keine Pute mehr, die du ausgeben kannst? Ähm, babababam. Zieh muss ein Heiler anstatt... Ja, dann heile doch einfach... ...den... ...so. Kann nicht auf sich selbst angewandelt werden. Auch super. Darf ich um etwas Hilfe bitten? Okay, jetzt heile ich zumindest, äh, offensichtlich... ...Statuseffekt 4. Statuseffekte ansehen. Außer Gefecht gesetzt. Unfällig zu handeln oder sich zu bewegen und wird ausbunden, wenn er nicht versorgt wird. Benutzt Pantagen oder setzt Fertigkeit Hilfe ein? Hab ich doch gerade. Oder setzt Wiederbeleben ein, um ihn wieder auf die Beide zu bringen. Ah, Wiederbeleben ist das Ding, was ich eigentlich haben möchte. Au. Au, au. Was könnte jetzt vielleicht ein wenig tödlich werden hier? Und das findest du gut. Ich sehe sie. Schnapp für uns diese Schreckskerle. Ja, ich find's gut, wenn du brennst. Defensive Formation. Langsam und gleichmäßig. Das ist dir direkt gut ein Schaden, der Typ. Das war ein guter Schlaf. Der kann wiederbeleben. Ich brauche ihn hier. Wo sind sie? Zeigt euch! Ach, deswegen hattest du keinen Punkt, weil du ein bisschen irre warst. So, du hast noch vier Punkte Schaden. Komm, dann hiemen wir mal. Dann kannst du nämlich Schmerzen lindern, aber leider nicht auf mich. So, dann rennst du mal hier rüber. Zerfetzt nochmal ein Stück Gerüstungsboot. Und du kannst ihn überwältigen. Verschwendet von hier. Ja, reduziert Archive das Truppenlein. Wir haben ihn einfach direkt umgenieselt und sind dementsprechend unvernetzt aus den Sachen rausgegangen. Die Verteidiger zerstreuen sich. Sie wissen, dass sie ohne Archelaus an der Spitze verloren sind. Ich glaube nicht, dass noch Verstärkung anrücken wird. Sollen wir zum Lager zurückkehren und dem Konsul berichten, dass die Schlacht gewonnen ist? Lass uns zuerst durchatmen. Selbst wenn wir sonst nichts mehr zu tun haben, sollten wir zumindest die Gefallen jetzt für Daten durchsuchen. Ich warte hier. Lasst es mir einfach wissen, wenn ihr aufbrechen wollt. Plündern ist eine der wichtigsten Sachen. Oh. Zeug. Schildbuckel. Noch mehr Zeug. Noch mehr Zeug. Geld. Bogen sehen. Seht man, es lohnt sich immer zu plündern. Noch mehr Zeug. Noch mehr Zeug. Und selbst die Leute, die wir gar nicht getötet haben, die haben noch Zeug dabei. Platte für schwere Rüstungen. Geld. Noch mehr Geld. Ein paar Medizinkräuterchen. Sofort verschwinden. Und da liegt auch noch eine Kiste rum. Rüstungszeug, da Zeug, da Zeug, da Zeug, da Zeug. Ja, theoretisch könnte ich den Kram auch noch auseinander nehmen. Ich nehme jetzt im Moment tatsächlich erstmal das mit und würde es eventuell später auseinander nehmen oder verkaufen oder was auch immer. Hier liegt so viel Zeug rum. Ja, kündern. Und gerade das Geld, das ist doch, also, das ist doch gut. Das kann man doch gebrauchen. Da liegt noch einer. Sag doch direkt, dass du alles mitnimmst. Ja, würde ich gerne tun. Ah, da kommt er.